Amy Winehouse wurde heute in London beerdigt. Neben ihrer Familie sind auch prominente Freunde aus der Musikszene gekommen. Ihre Fans waren von der Trauerfeier ausgeschlossen. Ein paar wenige sind dennoch zu dem jüdischen Friedhof im Norden von London gekommen. Zu sehen bekamen sie aber nur sehr wenig. Ganz privat sollte diese Beerdigung sein. Nur Familienangehörige und engste Freunde sind zur Stunde auf den Friedhof in Nordlondon gekommen, um Abschied von Amy Winehouse zu nehmen. Auch Musikproduzent Mark Ronson, der die meisten Hits von Amys Erfolgsalbum Back to Black produziert hat, erweist der großen Sängerin die letzte Ehre. Nicht erschienen sind Amys Ex-Mann Blake Fielder-Civil, der keinen Hafturlaub bekommen hat, und Drag Travis, der letzte Mann im Leben von Amy Winehouse. Der 35-Jährige meint, die Sängerin war in den Tagen vor ihrem Tod voller Leben, habe jeden Tag Sport und Yoga gemacht. Auch bei der Obduktion konnte noch keine eindeutige Todesursache festgestellt werden. Das endgültige Ergebnis soll frühestens in zwei Wochen feststehen. Doch nahestehende Bekannte sprechen von systematischer Selbstzerstörung. In den letzten zwei bis drei Wochen ist sie dreimal zusammengebrochen. Sie hat bis zur Bewusstlosigkeit getrunken. Aber ich glaube, das Ende fing schon viel früher an, nämlich 2005, 2006. Damals fing sie mit den wirklich harten Drogen an. Und diese ganzen Abstürze haben natürlich weitergehende gesundheitliche Probleme nach sich gezogen. In der Bremer Talkshow 3 nach 9 kündigt Moderatorin Amelie Fried die damals noch ganz unbekannte, 20-jährige Amy Winehouse so an, wie wir sie gerne in Erinnerung behalten wollen. Unverbraucht, neugierig auf die Welt und mit umwerfenden Talent. Die wunderbare Sängerin, das Stimmwunder, Amy Winehouse mit ihrem Titel Stronger Than Me. Auch die Fans wollen der großen Sängerin die letzte Ehre erweisen. Dazu soll angeblich bald noch eine Trauerfeier stattfinden, heißt es aus London.